Mein Name ist Annalena Wedel und ich habe 2017 den Studiengang MBA General Management an der Technischen Hochschule Deckendorf gestartet und im März 2019 erfolgreich abgeschlossen. Aktuell bin ich Referentin für interne Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bei einem großen Automobilzulieferer. Der Grund für den MBA General Management war zum einen die Verzahnung von Theorie und Praxis, zum anderen aber die Möglichkeit, diverse Management-Themen zu erlernen und zu vertiefen, um für meinen weiteren Wertegang zu nutzen. Der Studiengang ermöglichte mir zum einen die praktische Auslegung der theoretischen Inhalte, zum anderen aber auch die persönliche Weiterentwicklung. Ein weiteres Highlight war auch der Aufenthalt im Silicon Valley, bei dem wir Unternehmen wie Google, Ebay und Tesla besuchten. Klar, man sagt immer, Berufsbegleiten studieren ist nicht einfach, aber mit Disziplin und Struktur machbar. Somit machen Sie Ihre eigenen großartigen Erfahrungen und starten Sie den MBA General Management an der Technischen Hochschule Deckendorf.